So, und für dich auch noch ein Klacks. Perfekt. Bei den aktuellen Temperaturen in Deutschland muss man sich echt gut schützen. Mir ist das persönlich fast schon ein bisschen zu heiß und auch Smartphones und Tablets finden Hitze gar nicht mal so gut. Sonnencreme hilft dann natürlich nicht wirklich viel weiter. Aber wie ihr euer Smartphone vor dem Hitzetod bewahren könnt, das zeigen wir euch heute bei den Netzgeschichten. Smartphones und Tablets sind Hochleistungsrechner, haben aber keinen eingebauten Lüfter, wie das zum Beispiel bei Laptops der Fall ist. Und das wird bei Hitze zum Problem. Die meisten Hersteller sagen, dass ungefähr zwischen 0 und 35 Grad das Gerät optimal funktioniert. Also sowohl das Gehäuse als auch die Technik innen drin. Wenn jetzt aber schon die Umgebungstemperatur bei über 35 Grad liegt, dann wird das für die Geräte ganz schnell kritisch. Au! Tipp Nummer 1, Smartphones niemals in der prallen Sonne liegen lassen. Besonders dunkle Gehäuse heizen sich nämlich super schnell auf. Und wenn die dann auch noch aus Metall sind, dann wird die Hitze sogar nach innen abgeleitet. Ja, aber auch Gehäuse aus Kunststoff sind nicht wirklich besser. Die können sich nämlich bei großer Hitze verformen oder sogar schmelzen. Und das wird dann ganz schön teuer. Manche Smartphones warnen auch per Displayanzeige automatisch, wenn es denen zu heiß wird und schalten sich einfach automatisch ab. So, viel besser. Tipp Nummer 2, einfach euer Smartphone zudecken, beziehungsweise in den Schatten legen. Denn da ist es viel kühler als bei direkter Sonneneinstrahlung. Und wenn jetzt gerade am Baggersee oder im Freibad kein Schatten in der Nähe ist, dann reicht auch ein Handtuch oder einfach ein T-Shirt. Um dem Hitzestau vorzubeugen, könnt ihr außerdem die Schutzhülle um euer Smartphone abmachen und es in den Flugmodus schalten. Im Energiesparmodus entwickelt es nämlich viel, viel weniger Hitze. Im Sommer wird das Auto schnell zur Sauna. Und auch da stößt das Smartphone schnell an seine Grenzen. Denn besonders hinter Glas wird es schnell brüllend heiß. Deswegen hier unser Tipp Nummer 3. Wenn ihr schon euer Smartphone im Auto lassen wollt, dann bitte nicht unbedingt vorne in der Sonne auf dem Armaturenbrett, sondern vielleicht eher unten im Schatten in der Mittelkonsole oder hinten im Kofferraum. Und wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dass dem Smartphone nichts passiert, dann lasst es nicht im heißen Auto liegen, sondern nehmt es einfach mit. An heißen Tagen solltet ihr euer Smartphone nicht überstrapazieren. Zum Beispiel grafisch aufwendige Spiele brauchen sehr viel Speicher- und Rechenleistung. Und das treibt natürlich die Temperatur von so einem Smartphone in die Höhe. Und das ist schon bei ganz normalen Temperaturen schwierig. Den gleichen Effekt haben auch Programme, die im Hintergrund laufen. Also am besten da einfach alles schließen, was ihr nicht braucht. Unser Tipp Nummer 4 also, lieber vielleicht mal im Freibad austoben als am Handy. Wenn euer Smartphone überhitzt oder sogar abgestürzt ist, solltet ihr es am besten Fall bei Zimmertemperatur ganz langsam abkühlen lassen. Packt es auf keinen Fall in den Kühlschrank, denn durch den plötzlichen Temperatursprung kann sich dann im Smartphone Kondenswasser bilden. Und das ist natürlich super schädlich. Unser Tipp Nummer 5 also, Ruhe bewahren, das Smartphone bei Zimmertemperatur abkühlen lassen und auch nicht laden. Denn das erhitzt das Smartphone natürlich zusätzlich. Besonders anfällig für die Hitze ist das Gehäuse. Aber auch Akku, Prozessor und Platine können Schaden nehmen. Die können zum Beispiel kaputt gehen, wenn es durch die Flüssigkristalle im Smartphone zu einem Kurzschluss kommt. Der Akku ist dann natürlich nicht direkt tot, aber die Leistung und die Lebensdauer nehmen schon rapide ab. Auch beim Display kann es zu Schäden kommen. Und das reicht dann von ganz, ganz kleinen Bildfehlern bis hin zum Totalausfall. Deswegen unser letzter Tipp für euch. Smartphone einfach mal zu Hause in der kühlen Wohnung lassen, wenn ihr an den See fahrt. Oder wenn ihr wirklich gar nicht drauf verzichten könnt, dann nehmt es halt mit. Aber schaltet es aus, solange es höheren Temperaturen ausgesetzt ist. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist euer Smartphone schon mal abgestürzt bei der Hitze? Oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Geheimtipps auf Lager? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten kommt gut durch die heißen Tage. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder bei den Netzgeschichten. Bis zum nächsten Mal.